KI-Supercoin erholt sich vom Abverkauf und macht Hoffnung auf mehr. Der Kurs des KI-Projekts Super Artificial Alliance, FED, erholte sich vor den NVIDIA-Unternehmenszahlen. Der FED-Kurs profitierte von einer Erholungsrallye des Technologie-Giganten NVIDIA, der AI-Chips produziert. Trotz eines kryptoweiten Abverkaufs stieg der FET-Kurs in den letzten Handelsstunden auf 1,3 US-Dollar. Der FED-Kurs führte die Liste der Top 100 Altcoins mit einem 33-prozentigen Kursanstieg auf Wochensicht an. Analysten erwarten, dass positive NVIDIA-Quartalszahlen den FED-Kurs weiter steigen lassen könnten. Sollte der FED-Kurs über 1,46 US-Dollar ausbrechen, sind weitere Kursanstiege bis 4,31 US-Dollar möglich. FEDGE-RT.I.E., SingularityNet und Ocean Protocol schlossen sich zur Artificial Super Intelligence Alliance ASI zusammen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. FEDGE-RT.I.E.S. Vielen Dank.